Es wird aus meiner Sicht doch viel mit der Angst im Menschen gespielt. Ein Beispiel, in Deutschland hat man eine Umfrage gemacht zu einem möglichen gefährlichen Stoff, nämlich die Dihydrogenmonoxid. Und diese Substanz wird sogar auf Felder gespritzt, ist in Babynahrung zu finden und wenn man sie einatmet, erstickt man. Und die Mehrzahl der Teilnehmer in Deutschland haben sich für ein Verbot dieser Substanz ausgesprochen. Ich glaube, die meisten hier im Raum wissen, die Dihydrogenmonoxid ist nichts anderes als H2O oder Wasser. Also wir wollen einfach aufklären, aufzeigen. Man soll nicht mit diesen Worten Angst machen der Bevölkerung. Uns geht es darum, die Bevölkerung aufzuklären. Das Thema Pflanzenschutz ist nicht so nahe wie die Medizin und Pflanzenschutzmittel sind die bestuntersuchten Substanzen überhaupt. Also so wie Pharmazeutiker, der ganze toxikologische Bereich und zusätzlich praktisch das ganze Umweltprofil wird untersucht, wie verhalten sich die Substanzen im Wasser, Boden, Luft. Und hier ist uns das so, wie wir. Vielen Dank.